Ja, liebe Leute, heute geht's weiter mit FIFA 23 und dem Duell gegen Waldhof Mannheim. Ja, letzte Folge ist tatsächlich unsere lange Serie gerissen, 8 Spiele waren es insgesamt. Jetzt ist es mal wieder so weit gewesen mit der Niederlage in Halle, heute gegen Mannheim und dann gegen Dynamo Dresden. Und dann ist erstmal Minimum eine Woche Pause hier bei unserer Karriere mit Bayreuth, weil dann kommt der WM-Modus am 9. November raus und dann vermutlich am 10. die erste Folge. So, Tomann, okay, Brotschweck ist interessiert. Ja, kann er haben. So, kann ich jetzt mal gucken, ich könnte mal gucken, ob ich Spieler verpflichten kann zur Vorbereitung auf die neue Saison. Ich habe ja so ein bisschen an Wunschspielern drin. Ich habe hier nämlich so eine eigene Wunschliste. Aber ich muss jetzt gerade gucken, ich brauche Spieler, die mindestens 23 Jahre alt sind. Die werden so ein bisschen vorgeschlagen worden. Weil die kann ich tatsächlich verpflichten. Die Frage ist, der ist sich neu zur Orientierung da. Freigabe, Summe. Ich gucke gerade, ob ich so ein bisschen... Herr Garnagel ist, wie gesagt, nicht bereit. Schuhmacher ist fix. Ich gucke, ob der Platz fährt. Wenn der links ausläuft, der Vertrag ausläuft, kann ich ihn versuchen zu verpflichten. Aber ich habe das kaum einen Spieler dabei, wo der Vertrag ausläuft. Das wird er definitiv nicht machen. Das war mir klar. Ist nicht schlimm. Ist jetzt nicht unbedingt alles, wo ich jetzt sagen muss. So vieler Talente, wie gesagt, dabei, die mir so vorgeschlagen wurden. Und deswegen ist es nicht schlimm. So, nächster Gegner, wie gesagt. Waldhof, Mann an. Und gehen wir rein. Ich lasse die Mannschaft natürlich drauf erstmal. Und zumindest, ihr könnt es doch... Ansonsten muss ich mal wieder ein bisschen umstellen. Der ist ja komplett verzogen. Egal, komm. Immer rein ins Match. Wer in diesem Spiel im Mittelpunkt stehen wird, ist keine große Überraschung. Denn bei dem stehen vier Tore aus den letzten drei Spielen zu Buche. Kann er auch heute wieder treffen? Wir zeigen sie Ihnen live. Bleiben Sie dran. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Auf den Kommentatorenplätzen haben wir immer Wolfhuss und Frank Buschmann Platz genommen. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Könnte eine packende Partie werden. Buschi? Kann losgehen, Wolf. Ich denke auch, das ist ein Spiel, das niemanden enttäuschen wird. Heute Reaktion zeigen. Wie gesagt, es geht morgen nach der Folge erstmal eine kleine Werbung aus. Ich glaube, übermorgen könnte schon die erste Folge der Werbung... Ich werde wahrscheinlich mit Deutschland spielen. Natürlich, klar, aber wir haben es dann einfach mal schauen. Jetzt erstmal nochmal die volle Kon воспitation auf Bayreuth auf die letzten zwei Spiele vor der Pause. Und dann geht es rein ins Match. Und dann geht es rein. Ich werde aber jetzt die Werbung sagen in einem anderen Modus, eine andere Fähigkeit zu packen, was an den Ball. das jetzt nicht in diese hier mit rein sitzen das ist hier die karriere mit bayreuth also wie gesagt wenn ihr hier merkt dass hier eine kleine lücke drin ist dann die zeit für mich daran so auf jeden fall erstmal kommt es noch mal ein bisschen diese auswärtssiedelage ein bisschen als ausrutscher bekannt als ausrutscher abstempeln und dann gibt es aber das hat da habe ich mich da wollte ich eigentlich was früher spielen aber das war dann heute wollen sie mehr zeigen als bei der auswärtssiedelage zuletzt für viele für fast alle etwas unglücklich diese zwei zwei schlappe aber sie haben das potenzial das hat man gesehen und das werden sie auch heute zeigen ich setze heute auf die weg ich bin sogar nicht dass sie wieder fahrspielzeichen weil so was kann bei solchen werden durchaus ganz schönes passieren weiter gefährlich war galla nicht platziert genug das ist da kein problem die große arbeitung dieser saison das sind aus meiner sicht bislang die gastgeber machen sie konsequent dahin lange war ja nichts passiert sicher wieder zu gesteigen das riecht da platzverweis davon blüder es gibt glatt und rot für morgana aber wo man sich so sieht weiter ist der hallin so haben er ist im letzten spiel genauso reingegangen und sich da gar nichts für und ich kriege da glatt rot für natürlich das ist gerade gesagt ich will eigentlich gerne mit müssen davon wieder ein bisschen mehr mit druck wenn dies wer heute der wichtigste spieler sein könnte dann fällt natürlich immer wieder dieser namen erwartest du das spricht für seine form für seine torgefährlichkeit sie müssen völlig auf ihn aufpassen das darf nicht passieren ist das jetzt gerade so ein bisschen heute niederlegen die nächste wer heute die niederlage dann wärs ganz ganz bitter dann wäre es ganz schön dass sie doch vielleicht was möglich in sachen nicht aufstieg aber wie gesagt abseits kein abseits was den ball hat die abwehr aber ich das kann gefährlich werden aber der macht könnte die führung werden ok der ruhe und den habe ich schon drehen gesehen und dann dieser sensationelle reflex alter verwalter ja dieser ball kommt nicht an weil er macht jetzt druck und fehlt natürlich hinten wenn man in der defensiven nach bieten sich an das war noch nicht so eine 2 kann das war jetzt ein bisschen sehr abgedreht die gefahr erstmal bereinigt gut aufgepasst da jetzt in der verteidigung weil wird abgefangen jetzt hauern sie redaktion gelb jetzt können sie vielleicht kontert da kommt der kontert der fangte lässt sich zu sehr ausspielen verteidiger ist daher hat den ball der parat der klopft der klopft jetzt bringen sie die flange rein und das ist nur ganz starke aktion wir sind jetzt etwas besser drin in der partie das auch mal weniger gleich geht es hat der mann einmal verteidiger böse gestanden und vermöglicht dass ich schon mal die nutzen und dann steht plötzlich wie 100 alles gut ich gehe weiter rein in die partie anstoß und damit läuft die zweite hälfte dieser partie johann schätzt mit tempo schäder lässt er den zweiten oder stehen ja vielversprechende aktion sehr interessantes spiel ich bin sehr gespannt wem hier das erste tor gelingen wird denn alle warten auftreffer noch steht es 0 2 1 2 0 das ist nicht wahr bei mir hält der keeper das dinge und bei dem gibt es noch mal eine neue chance 1 zu 0 verwaltungen und es ist nicht unverdient super gemacht hat er sich gut im strafraum bewegt verschafft sich etwas platz und setzt sich dann klasse ich komme auch nicht mehr rein in die ich kann auch nicht mehr rein in zwei kampf 52 jetzt aber auch keiner der damit geben will das dreh fliegen nach innen jetzt kann da was entstehen jürgen doch keine karte klar den elfer muss es geben aber ich glaube viele haben da eigentlich auch mit der karte gerechnet ich auch wollte ja ja ich wollte da außen vorbeigehen und wie verhaftet es versucht aber jetzt können sie den ausgleich schaffen der geht nach links 1 1 jetzt lila weg auf bleibt also kalt und ja es war richtig der keeper geht nach links weil aus seiner sicht ist es so aber hauptsache das ding ist irgendwie drin ich habe jetzt wenn auf die seite gegangen wäre der den nicht gehalten ja fakt ist dass es das 1 zu 1 direkt nach der führung von mal ein anfang es steht 1 2 1 fängt diesen ball ab super aufgepasst da nur wo vielleicht die so aus den forsten nicht das tor damit ist diese szene natürlich erst mal beendet weg auf weg auf weg auf hier viel zu in richtung mit schön wie er diesen ball ablockt viel pech im spiel also treffer und man merkt das ist frustrieren diesen führungstreffer moment jetzt gleich ja zu 10 liefern sie hier eine tolle leistung ab zu 10 geben sie ja alles und jetzt haben sie 63 spiel ist gedreht hugo d'ovoa super aktion da lässt er ihn einfach stehen setzt sich mühelos durch tolle ballbeherrschung und ein sensationeller antritt so wechsel auf der außenbahn george raus der guter arbeit geteinten hat immer wieder gefahr gesagt jetzt also war auch an dem tor hier nicht ganz unbeteiligt ja schade der kommt nicht da rein schön aber ist sie spielen die einfachen bälle holt sich so sicherheit und legen sich den gegner langsam ecke gibt es weil er abgefälscht war von piri glaube ich jetzt wechseln sie hier aus kurzer eckball flanke kommt in die mitte das kann gefährlich werden sein timing sterne als mit der zweiten situation hat das doch am ende jetzt gegen waldhof jetzt die flanke aber kommen sie den ball von gedacht aber dann geht der ball doch ziemlich daneben was würde gegeben am schuss ok 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 er hat gefühlt ich dachte mir nicht dass jetzt nur noch elf meter gewinnt spielen oder sowas nur war jetzt mal der kann ja sein tempus spiel 3 1 jetzt sind sie mit zwei toren vorne 3 zu 1 der auf dieses tor und wir sehen das ist jetzt immer weg da alleingang setzt sich durch zieht zum tor und der abschluss ist auch richtig gut nennt sich reaktion zeigen ja so einfach einfach geht es aber ich habe ja schon zweimal gewechselt jetzt ne also ich muss dreimal wechseln wechsel ich jetzt meine talente bringe ich jetzt immer meine talente ein ja ich bringe tatsächlich weil der geht ja sterne der wird ja nach der saison nicht mehr da sein und deswegen und deswegen warte mal das war jetzt anders geplant war ja rein peter muss er da ein bisschen dran muss auch muss seine draußen sind nur fünf wechsel wirklich deswegen genau diese drei wechsel weil peters hat kaum spielzeit da hat sich schon der fein gemeldet das muss ich den jetzt zurückholen nein bin ich hier rein nach diesem treffer steht es nun 3 1 auf jeden fall mittlerweile die führung so was machen sie draus aber sie können und andere sehr gut der das gut macht meyer meyer und nollenberger auch der wird wahrscheinlich nicht in der zweiten liga mit dabei sein aber muss sagen der keeper hat gut gemacht er ist jetzt viele viele dinger rausgeholt von uns vielleicht jetzt weil fliegt hoch ein so gerade eben das darf das wunderbar und freiwillig eng das war nicht alles geplant sechs minuten haben wir hier noch abseits 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 angezeigt ungläubiges staunen das ist eine entscheidung die viele erstmal nicht nachvollziehen können ja aber ich glaube wenn sie die zeitlupe sehen dann sieht wirklich jeder das war abseits nils petersen also 89 minuten läuft ein starkes spieler mann aber es war ja es war auch schon und zwar ganz für eine situation die gefährlich werden konnte er hatte nämlich diesen langen mal hat einen fahrer die hand gekriegt ja es ist man spiel ist das später sie wollen spät doch noch auf ein tor verkürzen bei drei nicht dass das ding eigentlich noch noch mal gefährlich wird die nachspielzeit läuft ja ja wenn sie das ding für die mann hätte fünf treffer haben wir gesehen steht drei ähnlich wie gegen halle jedenfalls das 3 zu 2 diesmal für uns steht jetzt inzwischen schon über den flügel kommen kawaii 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 kitzel 19 unsere jobs kawaii kawaii wirklich hoch zufrieden 342 soll balls che gewesen sei es hat mir gerade das war ein tor weil es besser war die gute leistung gezeigt wurde doch eigentlich wirklich überzeugen und auch die nerven stellen aber fragt ist das vier zu zwei das war doch das erste tonner und gab anja absolut überzeugend seine heutige leistung ganz toll also weltklasse gespielt hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden treffer also was ist immer gut dass wir wenigstens sind die paar und das wäre die pause ja er hat sich nicht gezeigt ja das war der elf meter der noch angezeigt wurde partie deutsch der hat das bett und dann das solo ding von gavali über dem vier zu zwei der sieg gegen mann und muss ich auch sagen das war lange nicht und schon 0 zu 0 zur pause dabei sind sechs toren rausgekommen zum ersten mal in diesem spiel je nachdem kurz die führung durch geht der ruhe da gibt man es gut hat das verdammt schnell gemacht jetzt aber auch tatsächlich mal hinbekommen und das obwohl eigentlich die statistiken gegen uns sprechen wenn man halt mal wirklich stark aber es war sehr 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 wichtig dieser sieg weil es auch vor allem gegen einen einfluss zwischen konkurrenten und den aufstieg kommt walter für der mit hoch und die zweite liga und wir haben jetzt gerade so ein bisschen den dämpfer gebracht wir führen auf jeden fall weiter die tabelle so ich glaube das könnte tatsächlich eine alternative werden mit sterne weg geht also ich weiter den jugendweg gar nicht als große talent einkaufen spiele einkaufen ich habe zwar ein bisschen bei der teile bei der liste da aber gucken was haben wir daraus wird das war wahrscheinlich es wird nicht leicht aber wir haben natürlich optionen klar mit schwarzen die von beginn anspielen so gut ach Gott sei Dank das Ding noch gekommen ey na war mal ein harter kampf radioser auftritt natürlich vielen dank für diese statements so gut das war das Duell mit Waldo Mannheim und jetzt geht es darum spitzenspiel gegen den dünner wo dresden können wir den abschluss auf 11 punkte ausbauen mit dem sieg jetzt wir mal gesagt 3-2 verdienter sieg völlig verdienter sieg auf jeden fall und jetzt geht es zum spitzenspiel gegen platz zwei oder kriegen wir tatsächlich noch mal rufen sie aus wenn sie mich gewinnt dann werden sie mich nur fünf zähler auf platz zwei und dann könnte es noch eng werden es sind tatsächlich noch einige spiele es ist aber das letzte spiel vor der wm-pause wie gesagt am 9 november sprich wenn morgen die folge rauskommt das wird noch mal die karriere folgen werden und dann geht es ins wm in die kleine wm pause von vielleicht einer woche nach wie weit wir da kommen schauen wir das einfach mal und aber das hinkriegen ja und dann freue ich mich wenn er wieder anschauen würde morgen um 14 uhr bis dahin und tschüss